Hallo und herzlich willkommen im Let's Help von Remember Me in der achten Episode Die Sünden unserer Väter im Konzeptwürfel Ihr startet hier in der großen Halle Während Edge euch zuquatscht, begibt ihr euch rückwärts links hinten in die Ecke und erledigt den Skaramag Weiter geht's im Serverraum Als Anhaltspunkt starte ich Am Ende, wo ihr auf dieser Halle trefft, wo der Stuhl ist Von da aus dreht euch einmal rum Rechts den Weg, den ihr gekommen seid, geht ihr zurück Und ganz am Ende, rechts um die Ecke Habt ihr oben den eigentlich letzten Skaramag Und ihr müsstet dann die Trophäe Seuchenkontrolle bekommen Ich habe aber leider bei einem wieder vergessen abzuspeichern Und da komme ich jetzt zu Das heißt, wir switchen jetzt nochmal über zum Gefängnis Hier in den Part, wo der stationäre Wachroboter links steht Tut mir echt leid, dass ich da nicht abgespeichert habe, sonst hätte er die Trophäe jetzt gerade schon gesehen Aber den sammeln wir jetzt gerade mal ein und bekommen dann unsere gewollte Trophäe Und haben alle Skaramags in diesem Spiel eingesammelt Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen Ihr gebt mir mal ein Feedback und ein paar Kommentare unter die Videos Macht's gut, euer Black Devil